Wenn Sie vom Krokodil gefressen werden wollen, füttern Sie es ganz, ganz lange. Umso länger hat es Möglichkeiten, nach der richtigen Angriffsstrategie zu sorgen. Jetzt eine vernünftige Begrüßung, meine Damen und Herren. Zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, eine große Ehre in Ihrem Kreis reden zu dürfen. Und für diejenigen, denen es versagt geblieben ist, heute hier persönlich anwesend sein zu können, darf ich sagen, dieses Hotel verströmt eine sehr angenehme Atmosphäre. Und im Moment riecht es, wie morgens so häufig auf Kongressen, sehr angenehm nach süßlichen Parfums. Und es duftet gar köstlich. Also wenn Sie das nächste Mal live hier sind, werden Sie das, glaube ich, sehr genießen, die jetzt im Moment zu Hause sitzen. Ich glaube, das ist auch im Sinne von Herrn Uhlemann und unserer Generation, diesen Hinweis nochmal zu erteilen. Menschen riechen morgens sehr angenehm. Kommen Sie ruhig live hierher. Es ist großartig. Der Kaffee war auch sehr gut. Ich versuche zu sprechen, eine Stunde zum Thema Markt ist mehr als nur der Kundenkreis. Und das, was da in ganz kurzer Zusammenfassung an die Tafel geworfen ist, sind so die im Grunde fünf Punkte, über die ich sprechen möchte. Unternehmer und Anleger als Komponisten. Kontextualität gesellschaftlichen Handelns. Was ist überhaupt ein Wert? Allgemeine Konsequenzen für Anlegerverhalten. Konkrete Anlagevorschläge, ganz gefährlich. Und dann ein paar Schlussbemerkungen. Das ist so im Räubergalopp jetzt einmal durch. Ich will das kurz nochmal etwas strukturieren im Rahmen einleitender Bemerkungen, bevor ich mich also da hier in das Thema stürze. Der erste Teil ist einfach nochmal klarzumachen, was ist eigentlich ein Unternehmer, was ist ein Anleger und was verbindet die beiden und was haben sie mit Komponisten zu tun? Das ist ja ein Gedanke, den man normalerweise nicht hat. Aber Sie werden gleich feststellen, oh Gott, das ist ja ein und dasselbe. Und genau wie Anleger und Unternehmer in der Gesellschaft tätig sind, so sind es auch Komponisten. Und deswegen habe ich gedacht, guckt doch mal kurz nach der Kontextualität. Nämlich nach dem Zusammenhang, wie diese beiden Berufe oder Tätigkeiten mit dem Komponisten gesellschaftsbezogen handeln. Das ist eben die Kontextualität des gesellschaftlichen Handelns. Und nachdem dann dieser Rahmen so ungefähr umrissen ist, kommen wir zu der ganz gefährlichen Frage, was ist überhaupt ein Wert? Wenn Sie sich hier immer treffen zur World of Value, dann ist das ja eine Wertfrage. In welchen Welten von Werten bewegen wir uns? Was ist überhaupt ein Wert? Das versuche ich mal ein bisschen aufzudröseln, um dann aus den hoffentlich gewonnenen Erkenntnissen zu dezidieren, welche Konsequenzen sich im Allgemeinen für das Anlageverhalten ergeben. Das ist dann dieser Bullet Point, wie man neudeutsch sagt, allgemeine Konsequenzen für Anlegerverhalten, um dann ein paar konkrete Anlagevorschläge zu machen, die dann auch wahrscheinlich diskutiert werden wollen und können. Das Ganze ist kein unbedingt garantiertes Gute-Laune-Format, weil wir uns, ich weiß nicht, ob der eine oder andere es schon gemerkt hat, in einer praktisch weltrevolutionären Umbruchssituation befinden. Ich habe das gestern Abend auf meinem Abendessen schon gesagt. Ich halte es nicht für übertrieben zu sagen, dass die großen historischen Einschnitte nach der französischen Revolution von 1789, der Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 und auch das Jahr 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sein dürften. Ich halte das also für durchaus miteinander vergleichbar. Ja, ich komme gleich dazu. Soweit zu den einleitenden Bemerkungen. Damit stürze ich mich jetzt in den Unterpunkt Nummer 1, Unternehmer und Anleger als Komponisten. Die Lateiner unter Ihnen wissen, Komponieren kommt von Zusammenstellen. Komponere, miteinander etwas in eine Position bringen. Und Komponisten sind Leute, die Töne miteinander in Verbindung setzen oder ein Arrangement machen, etwas auf eine Reihe setzen. Und es ist immer wieder faszinierend, dass das Wort Komposition, Komponist, von uns nur benutzt wird im Zusammenhang mit Tonkunst. Auch ein Unternehmer, so ist meine These, ist ein Komponist, denn er fügt Arbeitskraft, Produktionsmittel, Kapital und vor allem Kreativität zusammen, so wie ein Mozart verschiedene Instrumente verstanden hat und sie miteinander in Relation gesetzt hat, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und üblicherweise folgt der Unternehmer dabei nicht der Ästhetik wie der Komponist, sondern er folgt einer unternehmerischen Rationalität. Er will ein Produkt herstellen und er will im besten Falle einen Überschuss damit erwirtschaften. Auch Anleger, reine Anleger sind Komponisten, denn das, was sie tun, ist, dass sie ein bestimmtes Portfolio, wie man sagt, zusammenstellen, um damit ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und sie arrangieren Vermögen, um drei Ziele dabei zu verfolgen. Und das wird uns in der nächsten Stunde oder in der nächsten Dreiviertelstunde beschäftigen. Die drei Ziele, die sie verfolgen, sind natürlich erstens, ihre Vermögen zu erhalten, gegen Verluste zu versichern oder abzusichern. Dann nach der Verlustvermeidung den Erhalt dieses Vermögens zweitens anzuzielen. Und im dritten möglichst auch noch die Kaufkraft dessen, worüber sie verfügen können, zu steigern. Diese drei Ziele sind sowohl von Unternehmern als auch von Anlegern zu betrachten. Wobei Anleger im Vergleich zu Unternehmern in einer etwas komfortableren Situation sind, weil sie relativ schnell umswitchen können von einem Anlageobjekt in ein anderes. Wenn sie ihr Geld rausziehen können, können sie sofort komplett die Asset-Klasse ändern. Ein Unternehmer ist da in einer relativ schwierigeren Position, weil wenn er einmal in ein bestimmtes Produkt investiert hat, in eine bestimmte Produktlinie, dann kommt er aus den Handlungslogiken dann schwer heraus. Und insofern bewegen sich Unternehmer und Anleger auf leicht unterschiedlichen Märkten. Sie bleiben aber beide Komponisten. Und ich versuche heute darzustellen, dass beide, Unternehmer und Anleger, abhängig sind. Steffen Krug hat es gerade schon groß angerissen. Abhängig sind von der Gesamtbefindlichkeit der Gesellschaft, in der sie sich bewegen, in der sie handeln. Die Gesamtbefindlichkeit der Gesellschaft ist von grundlegender, von fundamentaler Bedeutung. Und das wird uns gleich beschäftigen. Damit komme ich auch schon zur Frage der Kontextualität des gesellschaftlichen Handels. Denn alles, was wir tun, vollzieht sich erstens im Raum, zweitens in der Zeit und drittens innerhalb eines ganz, ganz komplizierten Geflechtes aus, wie ich das nenne, intersubjektiven Zwecksetzungen. Intersubjektive Zwecksetzungen heißt, jeder von Ihnen hier im Saal und alle, die auch zu Hause an Ihren Empfangsgeräten zugeschaltet sind, verfolgt einen ganz bestimmten Zweck. Und von allen Zwecken, die Sie in Ihrem Leben verfolgen, haben Sie hier und heute beschlossen, den Rednern der World of Value zuzuhören. Das ist Ihre individuelle Zwecksetzung. Warum tun Sie das? Weil Sie sich vorgestellt haben, dass Sie genau heute damit für sich und Ihren Lebenslauf den besten Einsatz von Ressourcen, von Ihren persönlichen Aufmerksamkeits- und Zeitressourcen hier und heute im Raum und Zeit getroffen haben. Und diese intersubjektiven Zweckrelationen kommen dazu zusammen, dass wir uns hier heute in dem Raum finden. Aber nachdem dieser Tag beendet sein wird, gehen diese Zwecke sofort wieder in andere Richtungen. Und aus diesen Hunderttausenden, Millionen, Abermillionen, Milliarden Zwecksetzungen entsteht Gesellschaft. Und das Komponieren von Symphonien in einer solchen Vielgestaltigkeit von Zwecksetzungen ist natürlich einigermaßen kompliziert. Wir müssen bei unserer Zwecksetzung darauf achten, was die Gesellschaft um uns herum sich so vorstellt, was andere sich vorstellen. Es geht nicht nur darum zu gucken, was ich will, es geht immer auch darum zu schauen, was andere wollen. Der Komponist, der nicht den ästhetischen Sensus seiner Hörer trifft, der wird scheitern. Der Unternehmer, der ein Produkt herstellt, das keiner haben will, der scheitert. Und der Anleger, der in etwas investiert, was nicht überzeugt, der wird verarmen. Ich nenne das die topisch-temporäre Akzeptanz, also am Ort zu einer bestimmten Zeit müssen meine Handlungen akzeptiert werden. Wenn ich mich daneben benehme, dann geht das nicht. Und das zeigt auch schon gleich, um es nochmal etwas abstrakter zu fügen und zu formulieren unter dem Gesichtspunkt der Kontextualität des intersubjektiven Handelns, wir müssen äußerst behutsam sein in dem, was wir tun in einer Gesellschaft. Wir dürfen beharrlich sein, wir müssen beharrlich sein, wenn wir unsere Ziele verfolgen wollen, aber wir müssen behutsam sein. Denn wenn wir nicht behutsam vorgehen, verprellen wir andere und dann erzielen wir Pyrus-Siege. Sie erinnern sich an den alten Herrn Pyrus, der da ungefähr 300 vor Christus gesagt hat, Zitat, noch so ein Sieg und ich bin verloren. Es bringt nichts, immer so Knalleffekte nur zu setzen, sondern man muss diese Knalleffekte auch so schön orchestrieren, da bin ich wieder bei meinem Komponistenbild, dass Sie sich in das Gesamtsystem fügen, in der gesamten Intersubjektivität aller beteiligten Player. Und das vorausgeschickt kam ich zu meinem dritten Punkt, was ist überhaupt ein Wert? Sie alle denken ständig über Werte nach, denke ich, wenn Sie sich über Anlagen Gedanken machen und Sie haben eine Wertvorstellung von Ihrem Vermögen, von Ihren eigenen Einstellungen. Sie haben eine Wertvorstellung, wenn Sie zur World of Value gehen. Reden wir also von Werten im Allgemeinen. Für Komponisten ist die Frage, was ist ein wertvolles Musikstück, was ist ein wertvolles Kunstwerk? Das kann man studieren, man kann Musikwissenschaften studieren, Musik studieren, Kunstgeschichte studieren und sich mit der Frage auseinandersetzen, was ist wertvoll. Und das, was da im Museum landet, mag manchmal künstlerisch wertvoll sein, aber es hat überhaupt keinen Marktwert, es kostet nichts. Und umgekehrt gibt es Dinge, die kosten richtig viel, aber die machen sich nicht so richtig gut, wenn das Auge drauf guckt. Ich glaube, Michael Klonowski hat mal gesagt, zitierend Josef Beuys oder so, Josef Beuys habe unsere Sehgewohnheiten geändert. Und da sagt Klonowski, also meine nicht. Das gefällt mir so gut, weil in diesen Kunst- und Wissenschaftskreisen wird immer erzählt, was ästhetisch besonders wesentlich ist oder kunstgeschichtlich wichtig ist. Aber wenn man es ansieht, dann fragt man sich, was soll das eigentlich? Ich habe auch lange gebraucht und musste sehr alt werden, um den Mut zu fassen, um zu sagen, dass eine Badewanne, in der Fett und Filz gesammelt werden, nicht Kunst ist. Auch wenn es im Museum steht. Also Geniales kann sehr billig sein und Schrott kann sündhaft teuer sein, überhaupt keine Frage. Und es gibt Leute, die so richtig viel Geld haben und nicht mehr wissen, wohin damit, die fangen an, sich Fabergé-Eier zu kaufen. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Das bringt mich aber zur Frage der objektiven Wertlehre. Was ist der objektive Wert eines Gegenstandes in einem marktlichen Zusammenhang? Und da sind Sie, wie Sie wahrscheinlich viele Ökonomen unter Ihnen wissen, am besten vertraut mit der Erkenntnis, dass die objektive Wertlehre immer gescheitert ist, weil es einfach nicht funktioniert. Beispiel Fabergé-Eier zu sagen, hat einer unglaublich viele Ressourcen verbrannt, um dieses Produkt herzustellen. Und zum Schluss kostet es irgendwas, aber ich kann nichts damit anfangen. Und deswegen ist es geistesgeschichtlich so wichtig gewesen, dass die subjektive Wertlehre zur Welt gekommen ist, der Austrians. Dass man sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, welchen Wert haben ökonomische Gegenstände eigentlich für denjenigen, der sie kaufen soll? Die subjektive Wertlehre. Und wenn man jetzt sieht oder wenn man sich vorstellt, dass irgendein Papst des Mittelalters einen verrosteten Nagel, der in einem Samtbett liegt, zu kaufen und damit den Petersdom zu schmücken, dann kommt man schnell zu dem Punkt, dass man sagt, Werte unterliegen dem Wandel. Das, was heute teuer wird, was heute angesehen ist in der Kunst, das ist später völlig anders angesehen. Werte unterliegen dem Wandel, Werte unterliegen auch ökonomisch Preisänderungen. Was irgendwann mal sehr teuer war, kann plötzlich sehr günstig sein und umgekehrt. Und dann bin ich bei meinem Begriff des Wertewandels und da geht es auch schon so langsam in die Gesellschaft hinein. Sie alle kennen Elisabeth Nölle-Neumann. Elisabeth Nölle-Neumann hat am 26. Mai 2002 einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Zeitenwende, der Wertewandel 30 Jahre später. Und damit das jetzt nicht verloren geht, 2002 sagt sie 30 Jahre nach dem Wertewandel. Das ist der Kontext, also rückblickend 2002 minus 30 Jahre. Sagt sie, die Arbeit von Theodor Adorno, der im Kernjahr 1968 lehrte, man müsse die Weitergabe der traditionellen Wertvorstellungen von Eltern und Kindern unterbrechen, das hat damals dem Ziel gedient, in Deutschland eine Wiederholung der Gräuel des Nationalsozialismus zu verhindern. Und Nölle-Neumann guckt auf Theodor Adorno, der hier auch in Frankfurt tätig war, sagt, seine Überzeugung war es, dass Autorität, staatliche Autorität dort erwächst, wo Höflichkeit, Gutes Benehmen, Sauberkeit, Sparsamkeit, Gewissenhaftigkeit und Ordnungssinn herrschen. Verkürzt gesagt, in meinen Worten, politischer Terror lasse sich letztlich nur durch gesellschaftliches Chaos vermeiden. Das ist das Kernsubstrat von Adorno an dieser Stelle, das muss man sich klar machen. Und dann sagt Nölle-Neumann 2002, Zitat, es ist rund 30 Jahre her, dass traditionelle bürgerliche Werte rasch an Bedeutung verloren, sie waren bis dahin 250 Jahre unangefochten. Und das ist etwas, das muss man sich auf der Zuger zergehen lassen oder wie ich immer sage, auf dem Großhirn zerschmelzen lassen, dass bürgerliche Werte wie Ordnungssinn, Freundlichkeit, Gewissenhaftigkeit 250 Jahre bestehen, dann kommt der Wertewandel, setzt ein, 1968 fortfolgende und 30 Jahre später ist nichts mehr davon übrig oder wenig davon übrig. Und ich glaube, es ist nicht zu diesem Zeitpunkt schon nichts mehr davon übrig, sondern wenn ich 20 Jahre weitergehe, nach heute, 2023, dann stelle ich fest, dass jetzt erst recht nichts mehr davon übrig geblieben ist. Junge Menschen, wir sprachen gestern von Klimaklebern, junge Menschen stehen heute nicht mehr auf der Straße und sagen freundlich zu einem Autofahrer, bitte fahren Sie erst, dann gehe ich über die Straße, sondern die setzen sich dahin und kleben sich da fest. Das ist ein Wertewandel, der vollzogen ist. Ich werde Ihnen gleich andere Beispiele bringen. In einem Vorgespräch zu heute, das ich mit Steffen Krug geführt habe, das vielleicht der eine oder andere von Ihnen gesehen hat im Internet, haben wir uns mit der Frage auseinander gesetzt, welches Unternehmerbild herrscht eigentlich inzwischen in diesem Land. Und wenn Sie Kinderfilme sehen, dann ist der Unternehmer immer ein verschlagener, ein ganz, ganz übler Typ, der eigene Vorteile ausnutzt und andere Leute in den Nachteil laufen lässt. Und dann lacht er immer so ganz böse. Hey, hey, hey. Und die Musik ist so ganz furchtbar dazu. Aber dass ein Unternehmer derjenige ist, der morgens aufsteht und sich Gedanken darüber macht, was er herstellen muss mit seinen Mitarbeitern, um ein Produkt präsentieren zu können, das anderen Menschen dient, für das die freiwillig bereit sind, ihr Geld herzugeben und zu investieren. Das sieht dieses Medium nicht. Und Steffen Krug hat mir anschließend eine E-Mail weitergeleitet von Horst Lüning, den sicherlich viele auch von Ihnen kennen. Und er hat dankenswerterweise eine Statistik aus dem Fernsehen herausgekramt. Der unsägliche Tatort-Krimi, den wir ja alle finanzieren, hat eine Analyse erfahren. Und man hat Folgendes festgestellt, in 47 Jahren sind da 1.023 Folgen produziert worden. 1.156 Schauspieltäter haben insgesamt 1.666 Theateropfer produziert. Ist ja auch immer spannend für eine Gesellschaft, warum machen wir eigentlich zu unserer Unterhaltung ständig Mord und Totschlag, aber das ist ein anderes Thema. In der Kategorie Mörder nach Berufsgruppen liegen Unternehmer und Manager mit 109 Mordtaten noch vor den Berufskriminellen, die 100 Tötungsdelikte gehören haben. Also man macht den Fernseher an, am Sonntagabend zur Entspannung und guckt und weiß schon, der Unternehmer wird es wieder gewesen sein. Abgeschlagen, deutlich abgeschlagen, 54 Morde sind Schüler, Ehefrauen sogar nur in 16 Fällen, Journalisten in 11 Fällen und Auszubildenden in 3 Fällen. Und früher hat mir mal einer gesagt, wenn man Krimi liest, der Mörder ist immer der Gärtner. Gibt es nur einen einzigen Fall. Und weil es ARD ist, ist es natürlich eine Gärtnerin. Ich versuche eine Detailanalyse des Wertes. Werte sind vom Preis einer Sache deutlich zu unterscheiden. Und das gibt es ja von Oscar Wilde, ein schönes Zitat, dritter Akt von Lady Windermere's Fächer, 1892 geschrieben, ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt. Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt. Der Kaufwert eines Gegenstandes und der Grad seiner gesellschaftlichen Wertschätzung können deutlich voneinander abweichen. Und um das klarzumachen, würde ich mit Ihnen gemeinsam mal das schöne Wort der Tugend beleuchten wollen. Was ist eine Tugend? Zu den altbundesrepublikanischen Werten in Westdeutschland nach 1945, die dieses Land maßgeblich geprägt haben, gehörten Überzeugungsindikatoren wie zum Beispiel nie wieder Krieg, nie wieder Hunger. Wohlstand für alle, Fortschritt, Bequemlichkeit und die Kinder sollen es einmal besser haben. Man kann in meinen Augen die Europäische Union in ihrer Entstehungsphase nur dann verstehen, wenn man sich klar macht, dass die Gründerväter und Gründermütter, sagt man so, die Gründer der Europäischen Union, damals der europäischen Gemeinschaften, dass das Menschen waren, die überwiegend zwei Weltkriege erlebt hatten, die als kleine Jungs von zu Hause weggerissen worden sind und jahrelang in den Dreck von Verdun gestellt worden waren, um Franzosen zu erschießen, um Deutsche zu erschießen. Und dann waren sie gerade diesem Wahnsinn einigermaßen entkommen, dann ging es schon wieder neu los. Und dass diese Menschen, die Krieg und Wahnsinn so hautnah erleben mussten, wie übrigens auch mein eigener Vater, schwerstens, dass diese Leute zwei Sehnsuchtsorte hatten, nämlich erstens Frieden und zweitens keinen Hunger mehr, ist absolut nachvollziehbar. Das erklärt, warum sie mit der Montanunion angefangen haben, warum sie gesagt haben, wir bringen uns jetzt alle zusammen und nehmen uns gegenseitig die Möglichkeit, übereinander kriegerisch herzufallen und wir sorgen mit unserer Agrarpolitik dafür alles rein, damit wir genug zu essen haben, damit wir nicht wieder Hunger haben, damit unsere Kinder keinen Hunger haben, unsere Frauen keinen Hunger haben, die zu Hause sein müssen. Und aus diesem Wertekontext der alten Bundesrepublik innerhalb eines friedlichen Europas nach 1945 haben sich natürlich dann ganz reale Strukturen materialisiert. Das muss man sich auch klar machen. An die Stelle Berliner Hinterhofwohnungen, die Herr Zille so schön gemalt hat oder so hässlich, oder gar an die Stelle ostdeutscher Plattenbausiedlungen, traten in Westdeutschland Reihenhaussiedlungen. Kleine Häuschen. Man hatte ein kleines Häuschen. Und das hat Auswirkungen auf ökonomische Zusammenhänge. Bürgerliche Stadtranderholung im Grüngürtel war nicht der Sommerfrische des Adels vorbehalten, sondern ganz normale Menschen, die fleißig waren, die diese Tugenden gelebt haben und gespart haben, zurückgelegt haben. Die sind da hingezogen und haben es sich sehr gut gehen lassen. Und auf diese Weise ist eine Wirtschaftsordnung entstanden, auch ein deutscher Mittelstand. Die Bürger der Bundesrepublik wollten bequem über einen nahegelegenen Autobahnanschluss zu ihrer Arbeitsstelle fahren. Die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern an den Verkehrsminister Leber, Julius Leber. Der hat als Linie damals ausgegeben, jeder Deutsche soll in zehn Minuten mit dem Auto einen Autobahnanschluss erreichen können, damit er schnell von A nach B kann. Die mobile Gesellschaft, Auto-Deutschland. Man wollte es bequem haben. Man ist doch den Leuten nicht zuzumuten, dass sie alle mit der Bahn fahren. Die Stabilisierung der Lebensverhältnisse als konkrete Abwendung von Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten der letzten Jahrzehnte wurde zementiert. Man hat deswegen ein Kündigungsschutzgesetz geschrieben für Arbeitnehmer 1951. Man hat das Stabilitätengesetz geschrieben 1967 mit dem berühmten Stabilitätenquadrat, das sie alle in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten gelernt haben. Und nachdem das dann nach 1968 etwas strubbelig wurde, mit den Werten, kam Herr Kohl und hat gesagt, wir machen jetzt die geistlich-moralische Wende 1982, um das alles mal wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wirtschaftsrechnung in diesem Kontext ist aber immer unverzichtbar auch begrenzt. Sie können noch so schön Wirtschaft rechnen wollen, Sie sind eben Teil der Gesellschaft, wie ich das gerade umrissen habe. Da draußen passieren hunderttausend Dinge außerhalb Ihres Büros, außerhalb Ihres Unternehmens, außerhalb Ihrer Familie, da überall sind diese Zwecksetzungen von Leuten. Und nur im seltensten Fall gelingt es Ihnen als Unternehmern, den schönen Satz auszusprechen, folge nicht dem Trend, sondern setze ihn. Wenn Ihnen das gelingt, dem Trend nicht hinterherzulaufen, sondern ihn zu setzen, sind Sie der Gewinner. Dann fühlen Sie sich ganz groß. Aber was ist, wenn der Trend sich ändert? In einem Bekleidungsgeschäft habe ich neulich den schönen Satz gelesen, zieh dich so an, als wärst du schon berühmt. Das ist ein wunderschöner Satz, aber auf welcher Basis ruht er? Auf der Basis, dass man sagt, zieh dich doch an, wie du willst, frag dich nicht, was die anderen sagen, sondern du bist der Held, alle gucken nach dir und füge dich nicht ein in Bekleidungsvorschriften. Das ist der Trend der neuen Zeit, so ein bisschen rücksichtslos sein zu sollen. Ohne diese geistige Grundhaltung ist das nicht schlüssig. Und das führt zu der Überlegung, dass Unternehmer und Anleger zwar intern das handwerkliche Geschäft der Rechnungslegung, der Bilanzierung und der Bewertung beherrschen müssen, aber das reicht nicht aus im Hinblick auf die externen Kontexte, in denen sie sich bewegen müssen. Man sagt, ein Unternehmer habe den richtigen Riecher gehabt. Er hat die Nase rausgehängt und hat gerochen, die Parfums in diesem Sommer sind sehr süß, da muss ich was Süßes produzieren. Oder er hat den richtigen Riecher, weil er merkt, das wird langsam herbduftig. Die Trendmarke versinkt, auch wenn sie noch so schön etabliert ist, wenn man diesen Trend nicht mehr huldigt oder wenn man ihn nicht mehr trifft, dann geht man unter. Denken Sie an den berühmten Trigema-Chef, der immer in seinen Vorträgen sagt, ich kann das nicht nachmachen, aber Sie wissen das, wie er das sagt, wie rings um ihn herum in, wie heißt das, Bollerdingen oder wo er ist, dass alle, alle sind platt, nur er ist noch da, Last Man Standing. Das stelle ich mir immer so vor, wie dieses berühmte Soldatenbild da in Japan, wo er noch so die Fahne von Bollerdingen hochhält. Mal schauen, wie seine Kinder das jetzt darstellen werden. Er hat offenbar Dinge richtig gemacht mit seiner robusten Art. Mal schauen, wie das weitergeht. Ich komme zu meinen Zwischenergebnissen. Verlässliche betriebswirtschaftliche und ökonomische Wirtschaftsrechnung ist in den Grenzen der eigenen Organisationssphäre möglich und unabdingbar. Das Profitabilitätsaxiom des Überschussziels ist aber jenseits der eigenen Steuerungsmöglichkeiten nur sehr eingeschränkt durch den Einbau von Reserven und Rücklagen und Rückstellungen, was immer man da so machen kann, buchhalterisch, abzusichern. Die diffuse Sphäre der gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Wertschätzungen lässt sich nur sehr, sehr mit großen Unsicherheiten beurteilen. Und daraus folgt, jede noch so gewissenhafte betriebswirtschaftliche Preisentwicklungsprognostik muss scheitern, wenn die von ihr implizit zugrunde gelegten Wertvorstellungen der Marktteilnehmer einen fundamentalen Wandel durchlaufen. Wenn also die Leute plötzlich was anderes denken und meinen und fühlen und wertschätzen, der im eigenen Warenlager per Rechnungswesen ermittelte Zeitwert einer Sache entzieht sich dann jeder arithmetisch-rationalen Wertermittlung, wenn der gesellschaftliche Kontext, innerhalb dessen die Wertschätzung stattfindet, boykottiert wird oder einfach nur sonst kollabiert. Und ob es boykottiert wird, gezielt boykottiert wird oder ob es von alleine kollabiert, da werde ich gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Solange man den stillschweigend zugrunde gelegten Wertschätzungskontext, der da draußen in der Welt herrscht, über den man nicht gesprochen hat, bewusst oder unbewusst oder vorbewusst, solange man das trifft, ist alles stabil. Juristen sagen Klausula, Rebus, Sic, Stantibus, alles ist unverändert da draußen. Aber wenn er sich ändert, wenn sich das allgemeine Wertgerüst ändert, dann erodiert das Fundament der gesamten Bilanzierungskunst. Und Indikatoren für einen solchen beschleunigten Wertewandel, auch im Sinne von Frau Nölle-Neumann, die ich da gerade zitiert habe, sind zeithistorisch gegenwärtige Verbots- und Wegnahmeexzesse in Deutschland und in Europa. Das ist das, was Sie als Anleger alle beunruhigt, über Lastenausgleichsgesetz und ähnliche Dinge zu sprechen und über Enteignungen und über Politiker, die sagen, eigentlich müssen ja die Wohnungen viel kleiner bauen. Die Zerstörung der hergebrachten Wertekontexte hat sich in den vergangenen Jahren exzessiv beschleunigt. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die Sie alle kennen. Eliminiert wurden und werden. Eckkneipen. Weg. Ich kann irgendwo mal hingehen und mich da hinstellen und Leuten zugucken, wie sie trinken und rauchen und ich komme stinkend da raus. Das gibt es nicht mehr. Das hat früher Spaß gemacht. Die Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Es gibt keine vernünftigen Glühbirnen mehr. Es gibt keine leistungsfähigen Staubsauger. Leuchtröhren verschwinden. Bargeld soll verschwinden. Das Einfamilienhaus soll verschwinden. Flugreisen sollen eliminiert werden. Der Verbrennungsmotor soll verboten werden. Der Sonntagsbraten ist ganz furchtbar. Überall sind diese Veganschilder. Die Fahrerlaubnis wird eingezogen. Ich kriege inzwischen Post von Mandanten, die ernsthaft aufgefordert werden. Sie sind doch schon so alt. Haben Sie nicht Lust, Ihren Führerschein abzugeben? Toternst. Innerstädtische Straßen verschwinden. Ich sage immer, das Wort Straßenraub hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Die rauben mir meine Straßen. Kommunikation auf Papier verschwindet. Wer einen Brief schreibt, ist old school. Man muss alles mailen. Ölheizungen werden verboten. Gasheizungen werden verboten. Der Holzofen darf nicht mehr benutzt werden. Frieren für den Frieden steht da irgendwo. Kernkraftwerke werden verboten. Wir leben in einem Deutschland, dessen Kanzler sagt, Atomkraft ist ein totes Pferd. Steinkohlekraftwerke werden verboten, Braunkohlekraftwerke. Alles wird verboten. Was passiert da? Was passiert da? Denken Sie mal ganz natürlich darüber nach. Es passiert nicht nur, dass das alles eliminiert wird, sondern es werden auch Geschlechterstereotype geändert, Sprachkonventionen, Verhaltenskodizes, Erwartungserwartungen. All das wird kaputt gemacht. Und stattdessen gibt es so eine ökologische Naturvergottung. Ökologische Naturvergottung nenne ich das. Und um das nicht nur als Behauptung in den Raum zu stellen, komme ich Ihnen mit einem Zitat. Ich war neulich Umstände halber, Umstände halber ist ein schönes Wort, das man nutzen kann, wenn einem so peinlich ist, zu sagen, warum es war so. Also ich war also Umstände halber das erste Mal seit 30 Jahren wieder bei Ikea. Und da habe ich tatsächlich ein Plakat gefunden auf dem Betriebsgelände. Ich bin stehen geblieben, ich habe es sofort fotografiert. Es ist gut, dass wir alle unsere Fotoapparate mal dabei haben. Ich lese Ihnen vor, was bei Ikea steht. Originalzitat. Entdecke die Artenvielfalt auf unseren Grünflächen rund um Ikea. Vielleicht sind dir schon kleine Veränderungen rund um unser Einrichtungshaus aufgefallen. Nach und nach gestalten wir unsere Außenanlagen um in einen biologisch vielfältigen, nachhaltigen und natürlichen Lebensraum für Insekten und Kleinstlebewesen. Damit wollen wir der Umwelt etwas Gutes tun und unseren Beitrag für Naturschutz und Artenvielfalt leisten. Mit heimischen Wildblumenwiesen, Lesesteinhaufen und Totholzstrukturen verbessern wir das Wohn- und Nahrungsangebot für viele bedrohte Insektenarten. An jeder Grünfläche steht eine Hinweistafel mit ausführlicheren Informationen zu diesem Bereich. Wenn auch du deinen Garten oder Balkon in ein Insektenparadies verwandeln möchtest, findest du unter einer Internetadresse zahlreiche leicht umzusetzende Tipps und was wir bei Ikea noch für Umwelt- und Klimaschutz tun, siehst du auf unserer Webseite und dann wieder eine Internetadresse. Ich stehe dann immer so da und denke mir, was ist eigentlich ein Lesesteinhaufen? Was um Himmels Willen ist ein Lesesteinhaufen und will ich meinen Balkon in ein Sektenparadies verwandeln? Was passiert im Hirn eines Unternehmers, der seinen Parkplatz vor dem Laden zum Insektenparadies umstellt? Was antizipiert er über die Wertvorstellung seiner Kunden? Die verkaufspsychologische Prognostik des Möbelherstellers geht ausweislich dahin, dass die eigenen Betriebswirtschaften nicht der Ergebnisse stabilisiert oder gesteigert werden können, wenn Kunden zur Verwandlung ihres Balkons in ein Insektenparadies angehalten werden. Es ist also ein gesellschaftliches Umfeld entstanden, in dem das verbesserte Nahrungsangebot für bedrohte Insektenarten in Totholzstrukturen helfen soll, Möbel zu verkaufen. Was da passiert, ist nicht die im Sinne von Schumpeter schöpferische Zerstörung, sondern ich nenne das in meiner Sprache eine soziomentale Disruption von außen. Eine soziomentale Disruption von außen. Da wird ein Gewaltangriff auf ein Wertegerüst gefahren, innerhalb einer Gesellschaft und dieser Gewaltangriff richtet sich sofort auf die gedanklichen, mentalen Überzeugungsbildungen. Man könnte tatsächlich darüber nachdenken, viele von Ihnen wissen das, ich spreche es aus, dass der von Elisabeth Nöller-Neumann beschriebene Wertewandel infolge der Bemühungen Frankfurter Universitätsprofessoren um Theodor Adorno 1968 tiefere Wurzeln hat, als nur das Jahr 1968. Und in der Tat gibt es Pläne der kommunistischen Partei Sowjet-Russlands. Konrad Adenauer hätte gesagt, Sowjet-Russland. Sowjet hat er immer gesagt. Konrad Adenauer ist, der war mal Kanzler für die Jüngeren. Ich habe in Bonn studiert, da sagte einer, über die Konrad-Adenauer-Brücke, benannt nach dem gleichnamigen Sportler. Also die Sowjetunion hat versucht, das Ganze zu destabilisieren. Und da gibt es einen Mann, der heißt Yuri Besmenov. Der hat 1984 dem Edward Griffin ein Interview gegeben und hat gesagt, man plante zu dieser Zeit, also in den 50er Jahren, in Moskau den Verstand der westlichen Wohlstandsgesellschaft massenpsychologisch zu attackieren. Als ich das gelesen habe, ich fand das sehr spannend. Ich traue denen zu, dass das nicht aus den Fingern gesaugt ist. Dem Vernehmen nach hat sich der amerikanische Kongress sogar im Januar 1963 mit dieser Thematik beschäftigt. Und die kommunistischen Influencer sollten nicht nur die Vereinten Nationen als große Menschheitshoffnung mit einer einheitlichen Weltregierung proklamieren, sondern über Studentenproteste, Studentenzeitungen erobern. Man plante, die westliche Presse zu infiltrieren und maßgebliche Positionen in Radiosendern und Fernsehanstalten wie auch in der Filmindustrie zu besetzen. Über die Einflussnahme auf die Besetzung von Museumsdirektoren erwog man, hässliche, abstoßende und bedeutungslose Kunst zu fördern und das ästhetische Bewusstsein der westlichen Gesellschaft zu erschüttern. Ich sage immer, das ist die scientistische Vorbereitung der Gesamt-Menschheitsmaschine. Ich bin Baujahr 1964. Ich weiß nicht, wenn Sie das mit Ihrem eigenen Leben abgleichen, wir sind doch immer nur an hässlichen Kunstwerken vorbeigelaufen. Wenn ich bei Gericht sitze in Duisburg, dann sind da immer so komische, ja, also da, wo früher Gemälde an der Wand hingen, das sind so Farbgestaltungen und zweidimensionale Farbgestaltungen. Oder vor dem Dreischeibenhaus in Düsseldorf fahre ich mein ganzes Leben lang immer an so einem rostigen, verbogenen irgendwas vorbei. Ich habe das nie verstanden, auch Josef Beuys nie verstanden, Fett und Farbe und Filz, gerade schon angesprochen. Und ich habe mir gedacht, naja gut, die Kunstgeschichte geht weiter und die Leute, die das gekauft haben, die konnten in sehr komplizierten Worten darüber reden und jeder, der gesagt hat, hm, muss das sein, der war irgendjemand, der sich nicht ausgekannt hat. Aber das ästhetische Bewusstsein wird tatsächlich zerstört, wenn man nicht mehr an schönen Skulpturen vorbeigeht. 100 Jahre vorher standen da überall so schöne Pferde, so Heronenbilder und irgendwas. Das ist weg. Das macht etwas mit Menschen, sagt man. Irgendwann bin ich in die Kunsthalle gegangen als kleiner Junge in Düsseldorf mit meiner Mutter in den frühen 70er Jahren. Da stand so eine Dose, bei uns zu Hause, ich durfte nicht Scheiße sagen, das ging gar nicht, das gehörte sich nicht. Da stand so eine kleine Dose, so eine Konservendose und auf der Konservendose stand drauf Künstlerscheiße. Das war Kunst. Das wurde ausgestellt. und ich habe zu meiner Mutter gesagt, was ist das denn? Und die hat mich nur weggezogen. Wertewandel. Wertewandel. Die gesamten Unterwanderungsaktivitäten mögen Gegenstand eines eigenen Referates sein. Mir ist ein Mann aufgefallen, ich habe das gestern Abend auch schon vorgeschlagen, wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie mal nach Michael Nehls, Dr. Michael Nehls. Dr. Michael Nehls hat etwas ganz Spannendes gerade veröffentlicht bei Ovalmedia und war auch erst bei Frau Preradovic. Michael Nehls sagt ungefähr Folgendes, Molekulargenetiker und Arzt, er beschreibt, wie die Zerstörung des neuronalen und mentalen Immunsystems von Menschen durch verhaltenspsychologische oder medikamentöse Interventionen die soziale Verteidigungsfähigkeit des Menschen reduzieren kann. Wenn wir also ständig mit Unsinn bombardiert werden, mit intellektuellem Unsinn, sagt Michael Nehls, N-E-H-L-S, dann macht das was mit unserer Verteidigungsfähigkeit gegenüber den Angriffen durch andere Leute. Als denkbaren Gegenmechanismus gegen diese manipulative Resilienzreduktion empfiehlt er Schritte zur Optimierung der Funktionsfähigkeit des Hippocampus. Das führt jetzt hier zu weit, aber es hat was damit zu tun, dass man ein bisschen kreativ sein soll, nachdenken soll und sich ruhig herauswagen soll, auch auf Gebieten mal ein bisschen nachzudenken, auf denen man sich üblicherweise nicht so tummelt. Sehr, sehr interessant, was er sagt. Vorgestern sind in Düsseldorf Justizstatistiken veröffentlicht worden. Bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit brechen in vielen Gebieten die Eingänge zusammen. Die Leute prozessieren nicht mehr. In den letzten 20 Jahren sind die Eingänge bei Amts- und Landgerichten um 30 Prozent zurückgegangen. Sind Menschen friedlicher geworden oder arbeiten sie ihre Aggressivität woanders ab? Oder, das ist so meine Überlegung, wenn ich über Nils nachdenke, sind sie alle schon so in einen Duktus gebracht worden, dass sie sagen, ach, kannst ja sowieso nichts machen. Die Gendersterne sind ja sowieso überall. Welche Konsequenzen hat all das für das Anlegerverhalten oder für das Anlageverhalten? Deswegen sind wir hier. Das Ende der Epoche von Fliegengittern, Mückensprays, Antibrumm- und Kammerjägern, wie es im selten paradiesischen Klimaklebern gefällt, kann auf das Anlageverhalten nicht ohne Konsequenzen bleiben. Alles Erwägen über bislang vertraute Acid-Klassen. Das, was ihr typisches Handwerkszeug ist, mit dem sie immer arbeiten, deswegen sind sie heute hier, ist überholt. Bargeld ist kein sicherer Hafen mehr. Es bringt Ihnen nichts, Ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen und Bargeld abzuheben. Da lacht sich jemand kaputt, der erklärt es für wertlos. Bankguthaben implodieren in der Bankeninsolvenz. Der Mensch sagt zwar, das unterliegt der Einlagensicherung, im Kleingedrucken steht dann bis 100.000 und in der Faktizität sind das dann 3.000, allerdings inflationierte 3.000. Das heißt, selbst wenn Sie eine Million auf dem Konto haben, mit Lück können Sie sich dann noch ein kleines Handtischchen davon kaufen. Fremdwährungen werden einfach inkompatibel, Entschuldigung, inkonvertibel. Man sagt dann, diese Briggs-Gelder wollen wir hier nicht haben. Etablierte Aktienwerte versinken im Ökosumpf, wie ich das nenne. Real Assets werden im Vermögensverzeichnis erfasst und dann enteignet. Und selbst menschliche Fähigkeiten werden abgeschaltet, in denen Ihnen einfach die Lizenz für irgendwas entzogen wird oder der Führerschein abgenommen wird. Willkürliche Normsetzungsakte, das geht alles. Und ein lange aufgebautes Vertrauenskapital im Markt, das was man früher den guten Ruf nannte, das kann man dadurch kaputt machen, dass man Ihnen einen Shitstorm über den Kopf brät, massenmedial. Wer heute Anlageentscheidungen gegen Megatrends verantworten muss, der sollte schon ein ganz, ganz dickes Fell haben, wenn er also nicht in irgendwelche Green Deal an Aktien geht oder so und das dann sein Aufsichtsorgan verkauft, dass er irgendwie noch mal Ölaktien gekauft hat oder so. Klimaneutralität schlägt alles. Übrigens, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, auch in allen möglichen Kontexten Klimawandel, um es an dieser Stelle auch auszusprechen. Fragen Sie mal Leute, was Klima eigentlich auf Deutsch heißt. Haben Sie mal darüber nachgedacht? Klima kommt aus dem altgriechischen Klinein, von Ändern, Wandeln, Deklinationen, ein Wort ändert sich in der Satzsyntax oder Klimakterium, da ändert sich was. Da gibt es so verschiedene Beispiele für, oder wenn einer gebeugt ist und der Körper sich ändert, dann geht er in die Klinik und wird da behandelt. Klima heißt Wandel und Klimawandel heißt Wandelwandel. Und wer den Klimawandel stoppen will, der will den Wandelwandel stoppen. Das ist das intellektuelle Niveau, auf dem wir uns an dieser Front bewegen. Ich plädiere dafür, eine Neuausrichtung des Investierens in Betracht zu ziehen. Investieren, Sie wissen das alle, heißt etwas eine andere Weste anziehen, etwas umkleiden. In Ansehung eines staatlich subventionierten Bienenhotels bedarf der klassische Dreiklang der klugen Vermögensanlage aus Verlustvermeidung, Werterhalt und Wertsteigerung einer kontextangepassten Neubewertung. Sie merken, der Redner fügt jetzt so ein bisschen die Fäden zusammen, die er vorne hingelegt hat. Ich sagte eingangs die drei Prämissen, nach denen Sie arbeiten, dass es nicht weniger wird, dass es erhalten wird oder dass es mehr wird. Das sind unsere Zielsetzungen. Aber das Ganze passiert im Kontext der Gesellschaft, Kontextualität gesellschaftlichen Handelns. Ich brauche eine Neuanpassung, eine Kontextanpassung und Neubewertung. Die altvertrauten Paradigmen der Anlage zum Erhalt von Kaufkraft und zur Vermehrung des Vermögens sind im revolutionären Umbruch des radikalen Wertewandels eher aus dem Blick zu nehmen. Ein kontemporär adäquates Anlegerverhalten bedeutet, sich einzugestehen, dass es derzeit nur und ausschließlich darum geht, bestehendes Vermögen gegen seinen völligen Verfall zu verteidigen. Das ist unsere Lage. Das ist meine Annahme. Das ist die Hypothese, mit der ich Ihnen heute stehe. Es geht im Moment nicht mehr darum, irgendwas zu erhalten oder es zu mehren, sondern es geht nur noch, es dagegen zu verteidigen, dass Ihnen dieses Vermögen völlig weggenommen wird. Und sprachlich ist das Vermögen das, was einer vermag. Vermögen ist Ihr Können, Ihr Tun, im weitesten Sinne des Wortes. Alle Ihre Handlungsaktivitäten werden gerade eingeschränkt und sollen eingeschränkt werden. Straßenraub. Sie fahren weniger Auto, Sie essen andere Dinge. Alles, was Sie bisher getan haben, soll Ihnen genommen werden. Und drei Sätze rege ich an, im Hinterkopf zu haben. Satz 1. Noch nie in der Geschichte hat ein Mensch seine eigene Handlungssphäre dadurch verteidigt, dass er nur an die moralischen Überzeugungen seiner angreifenden Unterdrücker appelliert hat. Das wird nicht reichen. Wer in seiner Existenz attackiert wird, der ist schlecht beraten, wenn er glaubt, er könne seine Lage verbessern, indem er sich bei dem Angreifer anbiedert. Wenn Sie im Park überfallen werden, sagen Sie dem auch nicht, oh, Sie haben ja schöne Schuhe an. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, wenn Sie meine Schuhe sehen. Wenn man sicherstellen will, von einem Krokodil gefressen zu werden, dann muss man es füttern, um ihm seine Möglichkeiten für einen Angriff möglichst lange zu erhalten. Wenn Sie vom Krokodil gefressen werden wollen, füttern Sie es ganz, ganz lange. Umso länger hat es Möglichkeiten, nach der richtigen Angriffsstrategie zu sorgen. Kurz, inmitten einer gesellschaftlichen Werterevolution muss sich das Investitionsverhalten eines Anlegers paradigmatisch anpassen. Man kann zwar auch den Hypergewinn setzen, wie das manche in 1923 getan haben, so nach dem Motto, wenn alles zusammenbricht, kann man richtig Profit machen, aber dann sind Sie nichts anderes als ein Spieler, eine Spielernatur, ein Casinozocker. Rational ist es hingegen, die eigenen Möglichkeiten zu eruieren, durch Einsatz des verbliebenen Vermögens vernünftige, tragfähig, zukunftsmächtige Werte zu verteidigen. Und das erfordert, unvermeidbar, komponierend in den gesellschaftlichen Kontext einzugreifen. Schon wieder so ein Faden, den ich aufnehme. Die Aufforderung, greifen Sie komponierend in den gesellschaftlichen Wandel und in den Wertewandel ein. Greifen Sie komponierend in die Wertüberzeugungsbildung der Gesellschaft ein. Niemand wird je wieder in die Gewinnzone kommen, wenn er in der Revolution nur darauf bedacht ist, Verluste zu vermeiden. Die bewusste Inkaufnahme von Verlusten ist im Gegenteil Voraussetzung dafür, sie so gering wie möglich zu halten. Als Medizinrechtler habe ich viele Akten in meinem Leben bearbeitet, wo Ärzte gesagt haben, wir müssen jetzt ein Stück vom Bein amputieren, um das ganze Bein zu erhalten oder den ganzen Körper überhaupt noch mal zu retten. Manchmal muss man da so Opfer bringen. Im Raum steht die Frage, wie die drei großen Machterzählungen der Gegenwart, auf denen der gesamte aktuelle Wertewandel beruht, aus Unternehmer- und Anlegersicht zu beurteilen ist. Ich selber sehe drei aktuelle Hauptangriffswellen im gegenwärtigen Wertewandel lange vorbereitet. Zuerst ist das Geldsystem wird zerstört. Das zweite ist die große Gesundheitsnarrative. Und das dritte ist die machtvoll vorangetriebene Digitalisierung. Das sind die drei Hauptangriffswellen, die ich so analysieren würde. Und ich erkläre ein bisschen was dazu. Die Verunmöglichung rationaler Wirtschaftsführung durch endgültige Zerstörung des todgeweilten Geldsystems stiftet Verwirrung. Klimawandel und immer neu angekündigte Pandemien zielen darauf, dass dieses Umbauen der Gesellschaft allgemeine Akzeptanz findet. Die Leute müssen das cool finden. Die müssen sagen, ich habe Angst davor, dass die Welt verbrennt. Ich habe Angst davor, dass Oma erstickt. Deswegen mache ich das alles mit Akzeptanz. Digitalisierung klingt modern, fortschrittlich, ressourcenschonend angeblich. Wie kann man solchen Megatrends entgegenwirken? Ich glaube, die Attacken auf das Geldsystem sind von Ihnen als Anleger, Unternehmer in erster Linie mit Kenntnissen des Rechnungswesens zu parieren. Sie müssen sehr, sehr genau Dinge beobachten, die andere nicht beobachten, die sich mit Geld und Wirtschaft und Buchführung und Rechnungswesen nicht so gut auskennen. Zweitens glaube ich, dass den Mega-Erzählungen des Transformationsnarrativs One Health in Gestalt von Klimawandel und Pandemien mit staubtrocken nüchterner Wissenschaftlichkeit entgegentreten müssen. Mit staubtrockener Wissenschaftlichkeit. Stellen Sie methodische Fragen. Fragen Sie nach 1 und 1 gleich 2. Ist das so? Und drittens die Illusion, Arbeitsteilung weltweit mittels Digitalisierung sachgerecht organisieren zu können, ist mit aller unternehmerischen Kenntnis über effektive und effiziente Arbeitskoordination auszukontern. Sie wissen, wie man Leute zusammenbringt, dass die gut miteinander arbeiten. Sie haben das alles als Unternehmer schon gesehen, was sie für Fehler gemacht haben, welche Fehler sie gemacht haben, aus denen sie gelernt haben, wie es gut geht. Wenn jetzt einer kommt und sagt Ihnen, ich kann das alles digitalisiert von oben oktruieren und einfach nur so ein paar Algorithmen hin und her schieben und dann ist es noch besser, dann lügt er. Das kann man nicht, denn wir sind Menschen. Wir sind keine Apparate. Die Generalrichtung des politischen Steuerungsvereins in Deutschland, Europa und Westen, dem da gerade alle folgen, G7, G20, WEF und Teile der UNO geht dahin, die durch Geldsystem von 1944 etablierte Machtstruktur auch über den Kollaps des Geldsystems hinaus zu erhalten. Das ist das, was ich so beobachte. Die merken, es geht nicht mehr, das bricht ihnen alles zusammen, es ist alles kontraproduktiv, aber wir wollen nach wie vor auch nach dem Zusammenbruch noch die Chefs sein. Und dann gucken wir nochmal auf die Montanunion. So wie damals gesagt worden ist über die Montanunion, wir machen hier Bergbau und Kohle und Stahl nur noch gemeinsam mit Frankreich und Deutschland, damit keiner über den anderen herfallen kann. So beobachte ich momentan eine Entzerrung aller möglichen national souveräner Aktivitäten. Es ist schon der Sprachduktus vom Nationalsozialismus und Volk und Boden und diesem ganzen Unsinn, das haben die sich nämlich doch erst auch überlegt. Diese Entzerrung dient der Befriedung, so ist das Paradigma. Wir müssen verhindern, dass innerhalb eines Landes irgendetwas passiert. Und das führt dazu, dass hier die Energie abgeschaltet wird und das führt dazu, dass bei unseren niederländischen Freunden die Möglichkeit zerstört wird, sich selber zu ernähren und andere mit zu ernähren. Und so gibt es also viele, viele Beispiele und das führt in die Philosophie, die Sie kennen, das Netz ist der Speicher. Das heißt, auf supranationaler Ebene soll verteilt werden und hin und her geschoben werden. Aber einer alleine soll nicht mehr können. Das hat ein Befriedungsimpetus ursprünglich mal gehabt. Wie gesagt, die Nationalsozialisten haben es furchtbar kaputt gemacht, dass Staaten souverän waren und die Gegenbewegung ist eine schöne zu sagen, das wird entzerrt. Aber Vorsicht, auf supranationaler Ebene entsteht jetzt eine völlig neue Machtanballung, denn derjenige, der für die Verteilung zuständig ist, hat sich überall die Hosen an. Und wenn der nicht mehr demokratisch legitimiert ist und wenn der nicht mehr kontrolliert wird durch Gerichte und wenn ich den nicht mehr einfangen kann, dann wird es irgendwann sehr, sehr eng. Das heißt, der Montanunion-Gedanke ist da pervertiert und führt in globale Steuerung. Scheitert oder strauchelt dieser Versuch, und das ist meine Prognose, früher oder später fliegt uns das alles um die Ohren, wie alle diese Großprojekte in der Menschheitsgeschichte ihren Betreibern immer wieder um die Ohren geflogen sind, dann gibt es eins, dann gibt es nicht nur militärische Konflikte, sondern vor allem gibt es Chaos. Ein gigantisches Chaos. Die gesamte Konstruktion beruht auf der naturwissenschaftlichen Annahme, wissen Sie, Stichwort Klimawandel, dass wir Menschen einen winzigen Bruchteil zusätzlichen CO2s ausstoßen und dass das dann kausal dazu führt, dass sich die Welt erwärmt und untergeht und verbrennt. Oder wie Herr Guterres neulich gesagt hat, wir leben nicht mehr im Zeitalter der Klimaerwärmung, sondern die Erde brennt. Die Erde brennt. Ich will Ihnen keine Panik machen, aber alles brennt. Bleiben Sie ganz ruhig, aber es brennt. Irgendeine Naturwissenschaftler hat mir gesagt, ich soll ein Experiment machen. Ich soll mit einer Sprudelflasche ins Badezimmer gehen und eine gut gekühlte Sprudelflasche da hinstellen und die beobachten, wie da so die Bläschen hochsteigen. Und dann soll ich im Badezimmer die Heizung aufdrehen und das ganze Badezimmer auf tropische Temperaturen erhitzen und währenddessen die Sprudelflasche beobachten. Dann würde mir auffallen, dass die Blasen plötzlich sehr viel mehr größer und schneller nach oben steigen. Und wenn ich dann, nachdem ich das beobachtet habe, diese Kausalität, wenn ich dann die These vertrete, dass das Badezimmer deswegen wärmer geworden ist, weil jetzt da mehr Blasen rauskommen aus der Flasche, dann wäre ich auf der Höhe der Zeit. Ich komme mit angstvollem Blick auf die Uhr, ja, Angst, noch so halb angstvoll, zu meinen konkreten Vorschlägen, zu meinen konkreten Anlagevorschlägen. Meine Idee ist, Ihnen nahezulegen, Öffentlichkeitsarbeit zu finanzieren. Finanzieren Sie Öffentlichkeitsarbeit. Warum? Gesellschaftliche Werte bilden sich im kommunikativen Kontext und kommunikativen Diskurs unter Menschen. Und wir haben im Moment, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen das mitbekommen hat, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist also aktuell nicht mehr ganz weltanschaulich so ausgewogen wie vor 40 Jahren oder so. Wenn ich Ihnen Namen reingebe, einfach mal, die Älteren kennen die alle. Ich habe gestern mit einem intelligenten Menschen gesprochen, der gesagt hat, auf Nachfrage, dass er im Jahr 2000 geboren ist, da ist mir nochmal so klar geworden, der weiß ja gar nicht mehr, wer Hans-Joachim Kuhlenkamp war. Der hat ja noch nie gesehen, mit welcher Wertschätzung Hans-Joachim Kuhlenkamp eine Fernsehsendung moderiert hat, wenn er jemanden aus dem Publikum hervorgebeten hat und wie er mit dem geredet hat. Auch das weiß er auch. Gut. Dann weiß er auch, dann weiß er auch, wie Hans Rosenthal mit seinen Gästen umgegangen ist oder wie Peter Frankenfeld das getan hat. Und wenn man diese Heroen der Fernsehgeschichte oder auch Heinz Erhardt oder Theo Lingen, wenn man die vergleicht mit den heutigen Heroen, dann kann man ja nur verzweifeln. Da ist irgendwas passiert. Wer käme denn ernsthaft auf die Idee, eine Interviewsendung aufzubauen wie ein stalinistisch-kommunistisches Verhör und auch das Setting im Studio so zu bauen, wenn er selber jemals auch nur ansatzweise so etwas erlebt hätte? Da würde man doch wegrennen normalerweise. Also in den Medien, von denen irritierenderweise immer noch die Rede ist als die Mainstream-Medien, ich empfehle, sich von dem Wort Mainstream-Medien zu verabschieden und lieber von den ehemaligen Leitmedien zu sprechen. In den ehemaligen Leitmedien wird momentan ein Geist verbreitet, der uns nicht gut tut. Unhöflichkeit ist nicht der Weg zur Friedlichkeit. Frechheit ist keine Garantie für gute Mitmenschlichkeit. Aber gute Mitmenschlichkeit brauchen wir, um kooperieren zu können. Wenn man immer nur alle anranzt, macht man die Welt nicht besser. Nur alternative Medien sind heute noch in der Lage, ein ausbalanciertes Meinungsbild zu liefern. Entweder alleine mit dem öffentlichen Rundfunk oder im Idealfall aus sich heraus, indem sie alle zu Wort kommen lassen. Oh mein Gott, wie schön, alle dürfen sagen, was sie glauben und zum Schluss wird rational darüber nachgedacht. Das mag nicht renditeträchtig sein, sich auf die Finanzierung eines solchen Mediums oder auf die Unterstützung eines solchen Mediums zu stürzen. Aber Vorsicht, was kurzfristig nicht renditeträchtig ist, kann es mittel- und langfristig durchaus sein und wird es nach meiner Prognose. Deswegen achten sie darauf, ob sie die Möglichkeit haben, in diese Richtung zu investieren. Das wäre mein erster Anlagetipp, so unspezifisch er auch bleibt. Ich nenne jetzt hier bewusst mal keine Namen, um mich nicht in den Ruch zu bringen, ihnen hier was verkaufen zu wollen. Aber sie wissen selbst, was ihnen gefällt im alternativen Medienbereich. Gucken sie sich das ernsthaft an, nehmen sie Kontakt auf und schauen sie, ob sie da unterstützen können. Das dient ihnen und ihrem Unternehmen. Zweiter Punkt. Schaffen sie systemresiliente, systematisch resiliente Kommunikationsstrukturen. Rechnen sie damit, dass es irgendwelche Internetpandemien gibt und rechnen sie damit, dass sie nicht mehr kommunizieren können miteinander, weil ja auch kein Strom mehr da ist. Wenn Bill Gates selber und Microsoft im Moment anfangen, mobile Atomkraftwerke einzukaufen, um ihre Server am Laufen zu halten, dann sollten sie das auch tun. Das kann kein schlechter Tipp sein. Stellen sie sicher, verlässlich mit Energie versorgt sein, um ihre Kommunikationsstrukturen offen zu halten. Und seien sie, auch das ist ein Tipp, ein Ratschlag solidarisch mit Ausgestoßenen der ehemaligen Leitmedien. Leute, die da von heute auf morgen plötzlich zum Teufel erklärt werden, die haben vorher was gekonnt, die haben vorher was bewirkt und aus irgendeinem Grunde werden die rausgeschmissen. Schauen sie sich die an. Hören sie denen zu. Reden sie mit denen und finden sie mit denen raus, warum das so ist und wohin das führen könnte und wie man es besser machen kann. Fördern sie unabhängige Wissenschaftsnetzwerke. Fördern sie Wissenschaftler, die was können, vielleicht auch ausgestoßene Wissenschaftler, aber fördern sie die und helfen sie denen, ihre Arbeit zu tun. Das nutzt ihnen, das nutzt der Gesellschaft und mittelbar ihrem Unternehmen und ihrer Anlageentscheidung. Und vor allem neues Wort depublizieren habe ich gelernt. Depublizieren ist immer so schön. Früher hat man gesagt löschen oder zensieren. Das heißt heute depublizieren. Deswegen habe ich jetzt ein neues Wort erfunden, das heißt Definanzierung. Definanzieren sie die Disruptionsaktivitäten. Entziehen sie denen das Geld, die hier für gesellschaftliche Stimmungsvergiftung sorgen. Das wären meine Anlagetipps. Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit, Schaffung resilienter Kommunikationsstrukturen, Sicherstellung verlässlicher Energieversorgung, Solidarität mit ausgestoßenen Förderung unabhängiger Wissenschaftler und Definanzierung derer, die hier die Stimmung anheizen. Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen, indem ich jetzt erst merke, dass da auch eine Uhr steht. Ich hätte gar nicht auf meine gucken müssen, da bewegt sich noch etwas anderes. Mann, Mann, Mann. Also alle, die nach mir reden, da steht eine Uhr. Es ist unmöglich, Unternehmen in einem gesellschaftlichen Umfeld zu gründen, auszuweiten oder bestehen zu lassen, dass für die Existenz dieser Unternehmen die Arbeiter und Unternehmer der Produkte kein Verständnis und keine Wertschätzung haben. Man muss Produkte herstellen, für die es Wertschätzung gibt. Die Investition in die Stärkung eines Unternehmer- und Eigentümerfreundlichen Unternehmensumfeldes mag nicht so gleich Überschüsse erwirtschaften. Es bedarf jedoch einer unternehmerischen Sensibilität für das Kerngeschäft und es bedarf einer Sensibilität für das, was ringsherum ist. Und eins sage ich Ihnen, egal, wenn die Asset-Klassen gerade durchgegangen sind, was man so alles machen kann, kaufen Sie dies, kaufen Sie jenes, vergraben Sie das und da und Gott weiß was, vergessen Sie all das. Es geht nur darum, es geht nur um Werte. Es geht nur um das, was sich gehört und was sich nicht gehört, was man tut und was man nicht tut und wovon alle gemeinschaftlich überzeugt sind, dass man es tut und dass man so etwas nicht tut. Ein Polizist, der auf der Straße einen Rentner verprügelt, da ist im Wertekorsett etwas falsch. Ein Polizist, der einen Behinderten auf der Straße zusammenschlägt, da ist etwas im Wertekontext kaputt. Man muss einem Polizisten auch völlig ohne Gesetze sagen können, dass es sich nicht gehört, eine Frau niederzuschlagen und sich auf sie zu setzen. Das muss der von sich aus alleine wissen. Und die Bilder, die wir da gesehen haben während dieses Corona-Fiaskos, die müssen uns ein Weckruf sein, dass da an der Wertefront etwas auseinandergebrochen ist und nur Werte schützen und glauben Sie nicht, dass Sie mit irgendwelchen rationalen Wertentscheidungen in Ihrem Anlageportfolio irgendetwas besser machen, sondern mit Gewalt kann man Ihnen alles wegnehmen. Das zeigt die Geschichte. Es gibt immer Soldaten, die auf den Weg gemacht werden und Sie foltern und Sie erschlagen und Ihnen alles wegmachen. Sehr schönes Video im Internet. Beyond the Reset heißt das. Sechs Monate alt, zweieinhalb Millionen Klicks bis der Zeit. Beyond the Reset eine Animation, das auch schon vor sechs Monaten vorweggenommen, wie der in Quarantäne geschickte Hauptakteur sein Handy da liegen hat und konnte das Alarmzeichen, das wir neulich um 11 Uhr auch alle auf unseren Telefonen hatten. Und dann heißt es, leider müssen wir Ihnen mitteilen, in Ihrem Stadtteil ist eine Epidemie ausgebrochen, begeben Sie sich in die Busse, Sie werden in ein sicheres Gebiet gefahren. Solange es diese Busfahrer gibt, solange die nicht aus eigener Wertüberzeugung bereit sind zu sagen, da mache ich nicht mit, solange besteht Gefahr für Ihr Unternehmen und für Ihre Anlageentscheidung. Deswegen wären das so meine Plädoyers für Wertverteidigung auch mit dem eigenen Vermögen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.